So tun wir schön trinken, gell? Ja, ja. Grüß euch, liebe FCA-Fans, zum heutigen Heimsieg gegen die zahnlosen Schoßhündler aus Wolfsburg. Wie man mit einem richtigen Wolf umgeht, das habe ich mir in einer Märchenstunde vom Rotkäppchen erklären lassen. Und wie ihr seht, klappt das ja einwandfrei. Gell, tun wir schön fressen, ja. Es ist zwar unglaublich, was in einen Wolf so alles reinpasst, aber dass die Wolfsburger mit ihrem großen Sponsor im Rücken den Kragen eh nicht vollkriegen, das habe ich ja schon immer gewusst. Heute aber werden unsere Jungs denen zeugen, dass man mit einem übervollen Bauch und einem dicken Geldbeutel gar nicht mehr so gut laufen kann. Und unser FCA, der gewinnt dann hochverdient mit 2 zu 0 und zack. Pfiat zu euch, servus!